Ja, Zeus, was ist denn los? Es ist noch gar kein Weihnachten. Wir haben noch ein bisschen, die kleine Maus. Aber du guckst schon mal, was du kriegst. Du schaust schon mal, was du kriegst. Es gibt schöne Leckereien für unsere zwei Sößen. Und der Rest ist dann für uns. Die Regierung hat eine Ausgangssperre.